Oh, warum bist du noch wach? Um drei Uhr nachts. Ist alles gut bei dir? Warum bist du noch wach? Ja, kann ich verstehen. Ich kann heute auch irgendwie nicht so gut schlafen. Das Wetter ist irgendwie nicht so gut gerade und Gewitter stört mich gerade auch komplett. Ich weiß nicht. Heute ist auf jeden Fall ein Wurm drin. Eigentlich bin ich einer, der sehr, sehr gut schlafen kann, aber heute weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ja egal, wie ich schlafe. Ich hoffe einfach, dass du gleich wieder direkt einschlafen kannst. Ich werde dir natürlich dabei helfen und ja, du kannst dir einfach ein bisschen ASMR von mir anhören. Ich mache dir einfach ein paar Sounds für dich, ja. Im Prinzip ist es ja eigentlich egal, wie ich, wann ich einschlafe, weil mir ist es egal. Hauptsache, du kannst gut einschlafen und entspannen. Das ist wichtiger. Bist du dabei? Okay, dann würde ich dich bitten, einfach die Kopfhörer aufzusetzen. Du weißt ja das Prinzip. Ich habe das ja schon mal gemacht bei dir. Heute helfe ich dir einfach nochmal, wenn es okay ist. Ist es okay für dich? Okay, alles gut. Dann setz die Kopfhörer auf. Ich mache ein paar Sounds für dich und mach einfach die Augen zu. Wenn du eingeschlafen bist, dann werde ich versuchen auch einzuschlafen, ja. Versprochen. Okay, let's go. So, ich hoffe jetzt, dass du die ganzen Sounds auf jeden Fall alle hören kannst. Hörst du das? Auf beiden Ohren. Okay. Perfekt. Dann jetzt, schließe deine Augen. Denke daran, dass du den nächsten Tag oder die nächsten Monate sehr erfolgreich sein wirst. Sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit. Irgendwo, wo du auf jeden Fall erfolgreich sein wirst. Aber ganz sicher, hundert Prozent sicher, bin ich mir da, dass du das Ganze schaffen wirst. Brush. Deine Gesundheit und deine Familie werden hoffentlich alle gesund oder bleiben gesund. Das hoffe ich auf jeden Fall für dich. Deine Noten oder die Arbeit wird gut laufen. Auch wenn es bei mir jetzt nicht so gut läuft, aber ich bin zufrieden. Auch bei mir wird es auf jeden Fall auch besser. Ich werde mir Mühe geben. Aber bei dir soll es auf jeden Fall gut werden. Einfach immer positiv denken und dass du natürlich alles schaffen wirst, immer zu denken. Dann kannst du auch alle deine Ziele verfolgen und wirst du alles schaffen. Weil du einfach eine mega nice Person bist. Aber konzentriere dich am besten einfach auf die schönen Sounds. Auf die schönen Sounds. Und versuche dich zu entspannen oder am besten natürlich gleich hinzuschlafen. Weil, naja, es ist drei Uhr nachts und morgenschule. Also würde ich dir empfehlen, langsam schlafen zu gehen. Ich habe jetzt mal den Trigger, komm mal kurz. aufhaha! tuk, 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 tuk... tuk, tuk, tuk... gut, 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 gut gut, gut, gut fiery kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Ich nehme an den Lappen und ich lebe auf den Lappen und schnauze. Ich nehme an den Lappen, das ich verwenden, das ist einfach, wenn ich habe. Ich nehme an den Lappen und schnauze. Ich nehme an den Lappen, die ich mit seinem Lappen schnauze... Ich nehme an den Lappen, der Lappen und die Lappen ist sehr spannend. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Pfать, Pfau, Pfau von Guabschiedemann. gut, 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 gut gut, 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 gut Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr machen, aber ich werde jetzt noch ein bisschen mehr machen. Benjedehn, lörde, lörde... Gl 결국, gut, 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 gut... gut 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 Tuh 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 Okay. Okay. so und ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht so mache, dass ich hier nicht so mache schluck, schluck, schluck Kopp, 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 kopp. schluck, schluck um, 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 um Genau, mach deine Augen zu und entspanne dich, wie ich merke, und du spannst dich schon sehr. Deine Augen werden immer schwacher und schwacher, und dir fällt es leicht, die Augen aufzubehalten. Ganz, ganz, ganz schwer. Es wird immer leichter für dich, einzuschlafen. Du wirst heute Morgen einen sehr, sehr erfolgreichen Tag vollbrachen, verbrechen. Oder, wie sagt man auf Deutsch? Los, ich bin gerade, ich kann gerade selber nicht sprechen. Du wirst den Tag erfolgreich abschließen, sag ich so. Okay. Ich hatte gerade, wie du gemerkt hast, einen sehr, sehr heftigen Blackout, den ich immer noch habe, weiß ich aber nicht, weiß ich, egal. Literally. Okay. 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 Aber ich habe ges proposed. Beatery. Und wie ich sehe, bist du schon eingeschlafen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielleicht hörst du mich ja noch und hab einen schönen Tag morgen oder heute und jetzt schlau, schön, Träumer schönes und gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.